Ja hallo, willkommen zurück bei Mittelerde Schatten des Krieges hier bei Nachtmastraum. Ich bin hier in der letzten Mission der Hellen Herrscher, während sich meine Orkser gerade ein bisschen prügeln. Das ist die allerletzte Mission und danach wird sich alles ändern. Rein. Ich hoffe ich habe viel Spaß. Deine Armee ist versammelt und Morder zu greifen nah. Nach diesem Kampf wird es keine Wiedererkehr geben. Belolo, 30.000 XP. Wie habe ich mal gesprochen, was mich da erwartet? Akt 3, Schatten und Flamme. Talion. Dies ist dein Schicksal. Die Schildur wartet. Wir bringen den Krieg zu ihnen. Wir haben zwar die Festungen Mordors erobert, doch noch gehört es nicht uns. Saurons Armee nähert sich, bereit uns allesamt zu vernichten. Doch wir werden nicht in seinem Bann sterben. Wir sind keine Diener des dunklen Herrn. Wir ziehen Wacker in die Schlacht und machen dieses Land zu unserem. Ihr kämpft für Mordor. Ihr kämpft für den Hellen Herrscher. Attacke. Es ist fast geschafft, Bruder. Man holt keinen Sieg mit Festungen. Dafür musst du jeden Feind in Mordor schlagen. Wir haben doch nicht angefangen und ich bin schon leid. Ich mag mal den Karagorler wegkrotzen. Ich habe nicht gedacht, dass wir das mal zu hören haben. Boah. Dann wäre er nervt hier. Nein! Kampf mit. Für mich weiterkampfen sollst du. Nein. Ich diene als dein Auserwählter. Tu das. Weiterkampfen. Mitten kommt der nächste Spagallo. Komm nur her. Nur keine Erhebungen. Ah. Ich bring euch alle um. Ich bring euch alle um. Ich bring euch alle um. Ich bin dein Diener. Weiterkämpfen. Kommt noch mehr Viehzeug. Wo ist überhaupt mein Drache? Herrgott. Vorrücken. Oh, ich muss nicht immer alle unterhalten mit mir. Das sind eure Besten. Ich würde euch allen niedermachen. Einen nach dem anderen. Na, guck mal, wem was abhackt. Oh, da muss ich du auch noch den Mund aufreißen. Nur um eine Chance zu haben, dich ein letztes Mal zu töten. Mein. Oh, echt jetzt. Oh, hat sich vergiftet, der Arme. Oh, guck mal, guck mal, wie stark dein Geist ist. Ich werde deine Befehle ausführen. Ist klar. Kämpf weiter. Alles niedermetzen. So viel los hier. Mitkommen. Komm her, Sauron. Und jetzt? Das war's. Deine Zeit ist gekommen, Talion. Deine Taten haben dich hierher gefehlt. Wir sind einander in Brung der Schacht verbunden. Dies ist das Schicksal von Königen und Menschen. Es wird nicht das meine sein. Oh, ist der Achtung Weg, ne? Oh, den kannst du echt vergessen. Der ist so schnell. Ja, der hat's in sich, der da. Konter, den viel zu spät. Und er erweckte dich, du weißt es, du weißt es, du weißt es. Mist. Komm, steh auf, Talion. Wo ist er dann hin? Ich stach und er erweckte mich in dieser Gestalt. Steh auf. Na, kontert doch, Momentsch. Ich krieg nicht gekontert, ne? Ich stach und er erweckte mich in dieser Gestalt. Komm her. Halt doch mal die Klappe. Oh. Oh, einer ist tot. Verblutet ist er. Der ist so ein harter Brocken, ey. Alles ist getan. Hätte jetzt mal episch sein können, dass ich ihn in einem Zug schaffe, aber nein. Den zu kontern, zu treffen, das ist echt ne Kunst, ne? Ich hab so viele Leute am Schlachtfeld. Den trifft keiner. Jetzt hab ich das Safe-Punkt wieder gut gesetzt. Vor allem, wie hat meine Elbenwut gern voll, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Keine Elbenwut mehr. Du stirbst und er erweckte dich. Du freist es. Du freist es. Oh, ich krieg's nicht gekontert, ne? Ich stach und er erweckte mich in dieser Gestalt. Komm her! Komm her! Deine Reise ist zu Ende, Elbenwärme. Es ist voll Blatt. Oh, sie hat mich grad gerettet, ne? Ich muss hier raus, sonst krieg ich gar nichts im Schuss. Komm her! Stinker! Stinker! Ach, was! Uuuh. Ich muss einfach mal den kleinen Drecksack doch kaputt kriegen. Wo ist er denn hin? Puh, ich wollte es verschnaufen. Ah, nicht mehr viel HP, nicht mehr viel. Hab ich ihn, hab ich ihn. Oh, endlich. Oh, endlich. Oh, mach ich. Oh, mach ich. Oh, mach ich. Oh, mach ich. Ich will. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Herr des Rings. Du wirst mir auf ewig dienen. Du bist mein. Das kann ich nicht zulassen. Isildur, ich erlöse dich! Finde Frieden im Tod. Es oblag nicht dir, ihn zu erlösen. Und dir nicht, ihn zu versklaven. Er tat mehr als das. Ihr bracht Saurons Macht. Ihr habt ihn beherrscht. Und ich werde auch Sauron beherrschen. Seine Armee wird mir gehören. Wir sollen Sauron zerstören. Sauron kann nicht zerstört werden. Celebrimboa hat recht. Wir kämpfen und kämpfen, doch das Böse kehrt immer zurück. Talion, wir können es beenden. Mordor muss ins Licht. Zurückgeführt werden. Nicht in die Dunkelheit. Ich tausche nicht ein dunklen Herrn für den nächsten. Das ist nicht das Ende, für das ich gekämpft habe. Aber du kämpfst diesen Kampf nicht allein. Nein, tut er nicht. Es geht hier nicht um deine Rache. Oder um meine. Es geht darum, die Ordnung in Mordor wiederherzustellen. In ganz Mittelerde. Das Ende, für das du gekämpft hast. Du bist nur ein Gefäß. Und es gibt noch andere. Lady Galadriel schickte dich nicht ohne Grund. Gemeinsam können wir Sauron in die Knie zwingen. Wir beenden, was unser Volk begann. Vor so langer Zeit. Die Knieze Unsere Opfer sind nicht umsonst. Das ist der einzige Weg. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Sieh dir deine Zukunft an. Ein heller Herrscher statt eines Dunklen. Du armseliger Mann. Ich gab dir die Sicht und dennoch siehst du nicht. Du zeigtest mir ein Schicksal ohne Ausweg. Du irrst dich. Als du und Celebrimbo einen neuen Ring der Macht erschuf, sah ich, wo dein Pfad endet. Im Gefecht mit Sauron auf den Zinnen von Barad-Dur. Und du gewannst. Sauron wurde versklavt und der helle Herrscher trat an seine Stelle. Die Armeen Mordors marschierten unter seinem Banner. Und Mittelerde fiel ihm anheim. Das ist die Zukunft, gegen die ich kämpfte. Die du verhindert hast. Denn du sahst Celebrimbo als das, was er ist. Nein. Dein Krieg ist nicht vorüber, Talion. Ob nun ein heller oder dunkler Herrscher in Barad-Dur regiert. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Oder ganz Mittelerde wird fallen. Minas Morgul. Ja. Von dort aus kannst du Mordor Einheit gebieten. Weh. Der Ring ist fort. Ich fragte dich einst. Wie viel bist du bereit zu opfern? Öffne die Augen, Talion. Öffne die Augen. Wie viel bist du bereit zulden? Du bist mehr zu beruf. Vor worauf dann. Was bist du jeden? Du bist oder wie ein eingeliefertertert. הת fliesst. Du bist. Du bist. Du bist. Solange ich noch atmen kann, gehört mein Schicksal mir. Wow. Oh, ich bin gerade ein bisschen platt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet mit so einem Ende. Ach du heilige Scheiße. Das Spiel geht jetzt noch weiter, das war ja jetzt nur eigentlich ein Semiende. Das richtige Ende kommt hier jetzt, nachdem man die ganzen Festungen wieder erobachtet hat und alles platt gemacht hat. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Jetzt bin ich mal gespannt, was nach dem ewigen Ladebalken von Minas Ithil auf mich wartet. Kein Wunder, dass mich das Spiel darauf gewarnt hat, die Mission zu machen. Kali Bimpro ist fort. Da kann ich die ganzen Schattenvergangenheit-Missionen auch nicht mehr machen. Ich habe noch eine vergessen. Wow. Geiles Outro, also Mittel-Outro, wie soll man es nennen. Vorläufiges Outro. Genial. Ach, könnt ruhig schneller laden. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Komm, 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 mach hin. Dann würde ich mich das Spiel noch extra auf die Folter spannen. Los. Echt jetzt? Komm. Mach hin. Du musst völlig verrückt sein. Das ist Minas Morgul und du bist ein Mann. Ich bin einer. Doch wir sind viele. Das ist Minas Morgul und du bist ein Mann. Du musst nichts mehr sagen. Dein Platz ist in unsere Augen. Ich bin ein Mann. Aufschau. Es an sich, auch für die. Oh. Oh, mein Gott. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Das war's für heute. Ich schaue ihn! Elfenstein! Koste meinen Stahl! Blitzt sie alle auf! Noch mal! Ich habe euch schon mal getötet und werde es noch mal tun! Gondra kann dich nicht steh'n! Gondra kann dich nicht steh'n! Hör auf dich zu mir! Du sollst dem Helfsenkönig gehören! Er verlangt es! Günter Hör auf dich zu mir! Genau, Gondra kann ich noch gerne ziehen! Gondra kann mich noch nicht sehen! Denn du wirst. Ich habe euch schon mal getötet und werde es nochmal tun! Gondra kann dich nicht erinnern! Das war's für heute. 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 Ich war's für heute. Das 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 war's für heute. Oh, oh, ich war's für heute. Ich, wir, wir, oh, 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 oh. niemand kann dich retten das war kein guter Kämpfer hat ein paar Orks oder sich die können besser kämpfen wo ist er wo ist er ich bin ja nicht jetzt sieht das schon ein bisschen beeindruckender aus was war ja immer auf mich kann man nur einen hit machen und dann müssen wir abbauen wu-hu oh das hat er nicht erwischt nicht keine elbengeschosse mehr nichts mehr am anfang war er noch wirklich relativ easy aber jetzt ist er echt brutal ganz mittelerde soll ich erfüllen das Licht Galadriel wird sich verzehren wenn ich getroffen werde geht meine ganze Wut weg wieder oh hat er mich noch mal gewischt was macht es jetzt oh 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 ich diene niemandem oh 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 er macht einen Damage oh komm Sauron du gehörst mir ja 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 Das war's für heute. Sauron und Kelebrimbor wurden eins. Gefangen in einem ewig währenden Krieg. Ein flammendes Auge warf seinen Schatten über Mordor. Talion hatte Minas Morgul zurückerobert, doch sein Krieg war noch lange nicht vorbei. Die größte Schlacht würde er gegen den Schatten in sich selbst und den Turm im Osten führen. Um die Dunkelheit zu wangen und die Welt der Menschen zu bewahren. Wow. Was für ein geiler Akt 3. Ich bin beeindruckt. Nun, ich lasse noch gerade die Ladesequenz fertig laufen und schließe noch gerade die Mission ab, dass ich noch die XP bekomme. Wenn ich ja welche bekomme. Auf jeden Fall war das wohl die längste Episode überhaupt und mit Abstand die spannendste. Das war ja wirklich richtig geil inszeniert. Toll gemacht. Vor allem der Endfight jetzt. Dass man einerseits gegen Sauron kämpfen musste, andererseits Minas E.T. noch erobern sollte. Das war richtig toll. Hat Bock gemacht in die Sau. Jetzt freue ich mich schon darauf, Sauron endgültig in den Arsch zu treten. Ach. Genial. Das richtige Endsequenz will man schon noch angucken. Das muss sein. Man könnte jetzt sagen, hey, man hört hier auf. Das eigentliche Spiel endet an der Stelle. Ja, es geht jetzt nur noch um das Nimmensystem. Bogen zu erobern oder zu verteidigen. Aber nee, 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 nee. Wir gehen da schön rein. Machen Sauron platt. So. Ich glaube, ich mache es dann auch, dass Anständiges kommt. Auftrag abgeschlossen. Nimm uns ein Level abbekommen. Auch ein Haufen Ausrüstung. Die Schattenkriege. Der dunkle Waldläufer. Du hast den Hexenkönig besiegt. Wurdest zum Herrscher von Minas Mogul. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Tote auf dem Becken und Ringgeist. Neue Herausforderung freigeschaltet. Kampfkrumm von Minas Mogul. Schließe die Herausforderung ab, um die Verbesserung und verwüßle die Totalität für die Fähigkeit, Tote auf Erweckung freizuschalten. Okay. Neues legendäres Ausrüstungsset. Ringgeist Ausrüstung. Minas Mogul und die Festung von Mordor gehören dir. Allerdings hat das flammende Auge über Barad-Dura dich fest im Blick und Herr von Mordor schickt weiterhin starke Orks, um dich zu belagern. Verbessere deine Festung, erhöhe das Level deiner Gefolgsleute oder beherrsche die hochrangigen Eindringer und rekrutiere sie, um deine Armee zu verstärken. Halte Mordor einen Zustand immer während dem Konflikt Jetzt nur so können sich freie Völker Mittel erst aus dem Greenkrieg vorbereiten. Okay. Halte Mordor im Zustand immer während des Konflikts. Gut. Bis zur nächsten Folge dann. In den Schattenkriegen. Macht's gut. Bye.